Willkommen bei der nächsten Folge von Mimicraftec Und... Ja, moin Ach, ist es dunkel? So, was noch? Riffkasten, ne Ich kann vielleicht mal gucken, ob die Post schon ist Die eigentlich gebaut werden sollte, aber die wäre wahrscheinlich nicht fair Ich hätte sie noch mal gucken, komm ich zum Glück hin, ne Die wäre wahrscheinlich nicht so willkommen Ich sag's euch, Leute, ich sag's euch Kann ich euch jetzt schon sagen Das ist bisher von der Endphase hier Das Projekt Zumindest bei den anderen Natürlich noch nicht, ich werde so lange weiter zucken Wie es geht Die anderen halt aufhören Ich werde bald noch lange zucken, sonst hol ich mal Ich könnte es noch runterladen, was ich überhält Das Gute ist halt auch Ich kann auch mal auf und selber weiterspielen, ne Weil... Ich bin ja ganz selber gebunden, denn einfach auskippt und so Und zwar Pro-Empfekten Ich kann sogar das Projekt weiterführen, wie ich möchte Und sonst ist es halt ein Zwing-er-Fly-Projekt Ich weiß nicht, anderen was, Leute Ich seh dir dann selber schuld Okay Okay Folgendes Ja, nicht hier Ich brauche... Traster Ich brauche einen Bogen Ich hatte mal einen Bogen Ich hatte mal einen Bogen Ich bin mir sehr sicher Hä? Bin ich jetzt hier komplett blind? Hä? Wo ist mein Bogen hin? Ich bin ja nicht drin, man Ja, aber vor allem Leute Ich hatte doch... Ich hatte doch... Ich hatte doch... Ich hatte doch... Das Bogen gehabt Ich bin mir mal komplett safe Ohne Witz Ich weiß jetzt was im Bogen passiert, Leute Ich weiß jetzt was im Bogen passiert, Leute Ich weiß jetzt was im Bogen passiert, Leute Ich hab doch... Ich hab doch... Ich hatte doch mal einen Mots-Abermacht hier gehabt Da weiß ich noch, ich hatte zwei Bogen, so angebrochene Die hier kombiniert Und dann, äh... Ich hab eigentlich nochmal einen Bogen gehabt So, wenn... Jetzt versteht mir gar nichts mehr Ich führte aber überall nochmal überall rein Ich muss ja hier drin sein, wo so ein Werkzeug wird. Vielleicht möchte ich halt mal reintun dann. Oder wo ist halt bestohlen? Keine Ahnung Leute. Ich bin ja nicht voll sicher. Ich will sich niemandem was unterstellen. Ich guck gleich in der Folge nochmal nach. Ich vermute mich mal sowas von da. Hier geklaut vor, oder? Was ich nicht so gut. Ich muss mal einen neuen Buchung machen. Ich muss noch ein paar mehrere. Ich möchte mich so etwas verzaubern und so, na? Zack, dann gucken wir mal. Ich will einen Challenge rausbekommen. Ich glaube ich kann zweimal verzaubern oder so. Okay. Ach, Labis natürlich. Ich muss ja auch nicht denken, das ist doch schon eher so... ...holzkopfmäßig. ...haha. 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 Ich habe nur noch ein paar mit hier. Ich glaube ich brauche noch ein Stück oder so davon. Ich habe die rechnet. Wahrscheinlich nicht. Ich habe die Reaktion mit drei... ...haha. 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 Es ist mir schwer es so Leute. ...haha. Oh, ne. Wettel dass man nicht nur am böchen drauf. Oh, geht auch nicht. Po your drei auch geht nochmal mit Flamen. Ja gut flamen... Der ist immer noch nicht so geil. Scheiße, nein. Ich werde der Rift für den Kackbogen raus. Und mehr gilt halt nicht, nee. Ich könnte natürlich auch Power-2 und so. Was ist für eine Idee? Das war pure Verschwendung. Ja gut, ich hab's ja. Wir haben mal Power-2 und so. Ich muss noch mal Power-2. Okay, das war schon wieder. Okay, das war schon wieder. Das war schon wieder, ey. Das ist doch zu wenig, ey. Verdammt. Ich muss also noch anderes kombinieren. Ich hab auch 4 rausbekommen. Ich brauche wieder hin, Alter. Und dann schon wieder in die falsche Richtung. Ach. So. Cool. Ich werde noch kombinieren jetzt. Das hat auch ein paar schöne Bogen zusammen. Und zwar... Nee. Okay. Power-2 plus... Power-2. Power-3. Ach. Ich würde den Umbrechen heute nichts anfangen, ganz klar. Power-4 und Umbrechen. Umbrechen-4 geht ja nicht, ne? Ich würde mal neue Entscheidungen kosten, ey. Wo es keine Veränderung gibt, ey. Oder der in die Kiste hier. Dafür ist hier. Da haben wir jetzt noch einen schönen Bogen. Ist das schon der beste Bogen? Power-4 und Umbrechen-3 geht schon mal ganz gut. Es gibt nur im Fernsehen, wenn man sich glaubt. Es gibt nur Punch und Mending. Da sind jetzt knapp 5 Stück davon. Na ja, doch. Na ja, das ist nur Power-5G. Na ja, gut. Dann weiß ich auch nicht. Es wäre zu teuer. Ich habe nur noch 16 Level, ey. Zapperscheiß. Aber... Es ist schon eine Bogen, muss ich sagen. Ich glaube, ich habe noch was anfangen. Oh Gott, der Anbau ist kaputt. Verdammt, Mist. Das ist unser kleines Problem, muss ich sagen. Weil, na ja. Wir können 50.000 Amo so craften. Hier ist der Bogen drauf hier. Hä? Leute! Wo kommt der Bogen jetzt her? Oh Junge, was soll der? Was ist das für ein Kackspiel? Joach. Am Anfang sind wir noch nicht da. Aber ganz sicher. Oh, habe ich gerade gecraftet? Oh, ich fühle mich. Ist doch ein Mystery. Wie ist das für ein Mysterio-Schirr, Alter? Der Bogen war ganz einfach nicht immer mehr da. Und auf einmal ist er da. Ich habe schon mal drüber geklaut, irgendwie. Ich verstehe es mir nicht. Oder war ich jetzt blind oder so? Keine Ahnung, okay. Ich glaube, ich fühle mich echt alt. Oder noch diese scheiß Legs? Na ja, ich hole mal Pfeile, Alter. Okay, danke. Ach so, den Bogen kann ich ja zurück tun, oder? Kein Problem. Ach so, hier ist ein bisschen was verschwendet. Hier an Strings und so. Kann ich auch noch was tun. Moment, hier nicht in der Krippel. Na gut. Ach. Kann ich nicht machen. Kann ich noch mal ver-fucking-craften. Und eventuell, eventuell, eventuell in dieser Folge hier. Das hier ein bisschen fixen, hier. Ich dachte, dass es nicht so komisch aussieht. Also quasi so halt, ne? Und dann war die nächste Folge. Ich hab euch jetzt gefallen. Ich lasse ein großes Erinnerung da. Abnehmt den Kanal, wenn ihr Bock habt. Tüttet die Glocke, wenn euch das was bringt. Folgt mal in Zukunft Twitter, wenn ihr wieder Interesse habt. Und dann tschau.